so jetzt kommen wir weiter langsam 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 so langsam so langsam langsam so Danke. Ich glaube, der Deckel macht er sonst auch nie. Danke. Aber das ist genau die Scheiße, warum er so gefährlich ist. Am Anfang ist er mir auch immer reingerannt. Da vorne kann man versaufen, Chef, sonst gehst du mir noch eins. Langsam, langsam. So, mach sitz. Ab. Ach. Hey. Kapfer Deckel. Naja. Puh. 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 Vielen Dank.